Moin Moin und Hallo zu HL Sports Weekly Nummer 15. Mein Name ist Roland Kenzo und ich habe heute einen Schnellübergang für euch und deswegen schauen wir mal auf unsere Themen von heute. John Bielenberg ist deutscher Meister, internationaler deutscher Meister am vergangenen Wochenende in der Hansehalle geworden. Dann haben wir die Fußball-Regionalliga mit dem VfB Lübeck und einem kleinen Interviewtipp und dem 1. FC Phoenix. Und dann haben wir noch die Fußball-Landesliga und da gucken wir mal ganz genau auf den TSV Travemünde. Und damit starten wir auch gleich nämlich mit der Fußball-Landesliga Holstein und da ist der TSV Travemünde Tabellenführer, neuer Tabellenführer. Die Montekicker, die gewannen am vergangenen Sonnabend beim Sereza SV mit 2 zu 1 nach Toren von Kornberger in der 12. und Reuter in der 32. Minute und lagen aber auch nach 3 Minuten schon zurück. Gottschalk traf für die Ostholsteiner und Cheftrainer Axel Juncker von den Travemündern, der sprach hinterher bei HL Sports davon, dass sich seine Mannschaft im Moment alles erarbeiten muss. Ja, das ist aber auch der Lohn der Dinge, die Tabellenführung. Und einen Werbungstropfen gab es nämlich Janik Sturhold, der verletzte sich schwer. Gute Besserungen an dieser Stelle und da hoffen wir, dass es einfach nicht so schlimm ist, wie es vielleicht im ersten Step scheint. Der Eichholzer SV, der war spielfrei und deswegen gab es vielleicht auch keine Torgarantie. Es fiel nämlich nur in den paar Spielen. Nur alleine. 15 Treffer. Die Eichholzer sind ja immer ganz bekannt dafür, dass sie in den vergangenen beiden Wochen für viele, viele Tore gesorgt haben auf beiden Seiten. Und nächstes Wochenende sind sie dann wieder mit dabei. Übrigens, Travemünde und Eichholz treffen im Kreispokal aufeinander. Das Spiel ist im Oktober und ich denke, das schauen wir uns mal dann zu dem Zeitpunkt genauer an. In der Fußball-Regionalliga gab es an diesem Wochenende keinen Blumentopf für die Lübecker Mannschaften zu gewinnen. Der VfB Lübeck war spielfrei und hatte noch so ein bisschen an der Landesderby-Niederlage gegen Holstein Kiel zu kauen. Und wir sprachen auch mit Lukas Pfeiffer, dem Cheftrainer der Grünen Weißen, am Wochenende. Haben die Zeit genutzt, die spielfreie Wochenende und wollten einfach mal so wissen, wer ist Lukas Pfeiffer überhaupt? Haben wir uns noch gar nicht genau mit beschäftigt. Zumindest hier bei HAL Sports TV nicht. Aber er spricht über das Derby, über die Ziele, über den Druck und über die Aufgabe, die er jetzt an der Seitenlinie ausübt. Der FC Phoenix, der spielte und kam mit einer Niederlage zurück. Beim FC St. Pauli 2 gab es ein 1 zu 3 und das ist dann jetzt auch gleichzeitig die dritte Niederlage in der Saison für die Adlerträger nach sechs Spieltagen. Also Adlerträger, Gas geben wieder. Im Moment sind sie drittletzter. Das kann noch besser und das wird bestimmt noch besser. Und zum Schluss haben wir wieder was Erfreuliches, nämlich John Bielenberg hat es geschafft. Der 18-jährige Lübecker hat in der Hansehalle am Sonnabend Evgeny Melzer aus Essen verprügelt. Er hat ihn gleich nach einer Minute auf die Bretter geschickt und ist jetzt internationaler Deutscher Meister in seinem dritten Profikampf. Der dritte K.O. Der dritte Sieg. Und wir waren exklusiv in der Kabine, haben mit John und seinem Vater Atta Gasal gesprochen, der auch gleichzeitig sein Trainer ist. Und es war super spannend. Wie gesagt, der Kampf war jetzt nicht so mega spannend. Aber man muss dazu auch sagen, Melzer ist am Donnerstag eingesprungen. Das heißt, er hat die Information bekommen, dass er kämpfen könnte. Der andere Gegner von John Bielenberg musste leider Corona-bedingt absagen. Da war das Kind in der Kita mit Corona und Quarantäne und er durfte nicht ausreisen. Und deswegen war eine Hektik bei Petco's Box Promotion am Sonnabend angesagt. Aber sie haben es geschafft. Sie haben es hingekriegt. Sie haben einen Gegner gefunden. Es war nicht der Gegner, den man sich gewünscht hat. Das ist allen klar. Viele Zuschauer waren enttäuscht. Wobei ich sagen muss, naja, ansonsten wäre der Kampf eben ausgefallen und dann wäre es wahrscheinlich noch eine größere Enttäuschung gewesen. Der gesamte Abend war schnell zu Ende. Es gab viele Pausen, weil es gab viele KOs. Und der letzte Kampf, der hat es in sich. Da hat nämlich der Münchner Isufi gewonnen und hat den WBF Interconti Champion-Titel für sich geholt. Aber ansonsten, ja, guckt rein in das Video mit John Bielenberg. Es ist wirklich sehr spannend, was der Junge zu erzählen hat. Und vor allen Dingen erzählt er auch, was im Oktober noch passiert. Wie versprochen, heute ein Schnelldurchgang. Halsports Weekly Nummer 15 ist vorbei. Ihr könnt in die Woche starten. Wir sind für euch da. Schreibt in die Kommentare, kommentiert, was ihr gut, was ihr nicht so gut findet. Und vielleicht gebt ihr uns auch mal einen Tipp, was wir machen können. Vielleicht sollen wir auch mal bei euch beim Verein vorbeischauen. Also nutzt es, liked unseren Kanal und abonniert den Beitrag. Nein, natürlich. Abonniert unseren Kanal und liked den Beitrag. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Das war's von mir. Bleibt gesund und wir sehen uns nächsten Sonntag spätestens wieder.